Haie sind Fische aus der Klasse der Knorpelfische. Es sind weltweit 500 verschiedene Arten bekannt. Bekannte Haiarten sind zum Beispiel der Weiße Hai, der Hammerhai, der Tigerhai, der kleine Katzenhai und der Osterhai. Männliche Haifische werden als Heinz und weibliche Tiere als Heike bezeichnet. Alle Haifische bestehen zu 64% aus Haiweiß, zu 30% aus Haigelb und zu 6% aus Haischale. Zur Paarung, der sogenannten Hairat, klettern die Haifische an den Strand und vergraben nach erfolgter Befruchtung ein Haiyei in den heißen Sand. Aus diesem Haiyei schlüpft nach rund zwei Jahren, meist an Heiligabend, ein Haiküken, welches sich dann auf den anstrengenden Weg in seine zukünftige Heimat macht. In seltenen Fällen schlüpfen aus einem Haiyei auch zwei Haiküken, sogenannte einhaige Zwillinge. Haifische können bis zu 400 Jahre alt werden, heißt es. Haie kommen in freier Wildbahn hauptsächlich rund um Haiti und in Shanghai vor. In Deutschland sind Haie nicht heimisch. Haie kommen in freier Wildbahn. Oh, 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 oh.